Die Disney Channel Sommerspiele mit Benny. Hey, Schluss mit auf dem Sofa chillen. Jetzt seid ihr dran. Ich habe euch wieder ein spannendes Sommerspiel mitgebracht. Und zwar mit toller Unterstützung von der Gag Attack Crew. Hallo, ich bin die von Gag Attack. Heute tanzen wir zusammen den Baymax-Tanz. Also stellt euch alle einmal hin, schüttelt euch kräftig aus und los geht's. Hallo, ich bin Baymax. Ich glaube, wir sind bereit. Das ist so groß. Mit unseren Freunden von Gag Attack wird's aber auch nie langweilig. Bis bald und viel Spaß weiter mit euren Lieblingsserien. Gleich geht's weiter mit Gag Attack. Und danach geht's rund mit Cricket und seiner Familie in Big City Greens. Hey, Amalia Marvin. Ich soll ein Restaurant retten, aber alles geht schief. Ich brauche dringend eure Hilfe. Halte durch, Roland. Wir sind schon unterwegs. An die Töpfe, fertig, lecker. Die neuen Folgen. Jeden Sonntag, 10.40 Uhr. Jetzt kommt die Werbung. Hier kommt... Das war die Werbung. Es geht weiter bei drei. Eins, zwei, drei gelegt. Baymax, los. Der hat nicht zu Ende gezählt. OP, drei, los. Hier aus dem Nichts werde ich von einer vorbei. Ich habe den... Oh nein. Oh nein. Wir sind super, Held. Baymax. Heute, 11.55 Uhr im Disney Channel. Macht euch bereit für den nächsten Film. Miraculous. Shanghai, die Magende von Lady Dragon. Heute, 14.50 Uhr. Wenn Landleute in die große Stadt ziehen, wird das total cool, schweinzigartig und unglaublich. Familie Green bringt tierisches Chaos in den Disney Channel. Ich habe eine Fliege verschluckt. Big City Greens. Heute, 17.55 Uhr im Disney Channel. Lego Luigi Time. Die Sendung wird dir präsentiert von Lego Super Mario. Hi, wir sind Marvin und Lilly von Gagatec. Jawohl, wir sind schon sehr gespannt, welchen Sketch ihr heute am lustigsten findet. Und das gibt's zu sehen.